Der Kumpel ist ein Feindling, Captain Price. Alazad wird sich niemals laut Opfern. Es gibt ein Versteck in Aserbaidschan, das Alazad benutzt hat. Ich sende Ihnen die Koordinaten. So, dann mal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zum nächsten Teil der Super-Sondersage von Call of Duty Modern Warfare Rim of Third. Wir wollen es endlich mal aufgezeichnet haben. Wir haben es früher so oft durchgezogen. Jetzt machen wir das. Jetzt ziehen wir das einmal durch hier. Dann mal willkommen zurück. Es geht wieder in den Krieg. Wir wollen mal wieder Krieg spielen hier ein bisschen. Was zur Hölle ist denn da oben los? Es sind die Ultranationalisten. Sie töten die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Nee, aber irgendwann sind die alle weg. Wir haben Waffenfreigabe. Okay. Offensichtlich. Wir haben hier. ich war außerhalb der gefahrenzone der granate bin dann aus dem gegner ausgewiesen ich bin auf die granate gefallen quasi ja man weiß nicht dass man granaten mit den 10 fängt nicht 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 Ich denke, ich habe einen Slippery-Wenn-Dead. Slippery-Wenn-Dead, ja. Beschützt ihr mich denn dann jetzt auch wenigstens? Nein, 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 nein. Für welches Gebäude? Das da? Oh, ich habe eine. Ich habe hier eine schöne Pumpi. Geh mal aus dem Weg. Oh Mann. Heute ist das Würmchen drin. Ich habe auch noch nichts getrunken. Kannst du noch? Sollte auch mal aufmachen, ne? Zum Wohli. Okay. Gebäude da. Geh mal aus dem Weg. Gebäude gesichert. Keine Spur von Arassad. Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Auf dem Weg. Oh mein Gott. Das ist ein scheiß Beschuss hier. Wo bleibt die Luftunterstützung? Hast du den jetzt gerufen? Ja. Achso. Da kommt er. Da ist er. Ah. Mosin 2.5. Ja, Mann. Das war der Hügel des Zodes, hast du gesehen? Mhm. Immer diese vollen Ausreden, ey. Granate! Verstanden. Mosin 2.5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anwaltungen. Das ist Fuh-Bar, hast du das schon mal bemerkt? Natürlich ist das Fuh-Bahn so ein Angriff. Unsere Freunde von der russischen Luftwaffe sind wieder bereit. Ah. Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Der war aber schnell aufgeladen und alles, ne? Ja. So, spielt mal mit Studenten, Digga. Wer wirft die Granaten von? Wo kommen die Granaten? Meinst du, da liegt noch jemand drin? Oh. Okay. Captain Price. Oh dear, was ist das? nicht so lange wir in einem gebäude drin hat er ihn eine granate nee das war jetzt was anders immer so dann war es ein scharfschützer wahrscheinlich ist da noch jemand ja ist Warte, 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 da ist doch irgendwo ein Scharfschlitz, oder nicht? Da oben auf dem Balkon, jeder in diesem Haus, also das Haus musst du absolut eliminieren. Was zum Fick? Was ist mit der Seitendeckung? Mein Gott, was ist denn heute los? Boah, ist ja richtig auf die Fresse hier. Mhm. 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 Okay. Mhm. 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 ja oder in der mitte war okay aber doch welche davon noch wieder in dem haus ich habe gerade gedacht wir sollen die denn herkommen hast du alles aufgeräumt können da jetzt welche hinter dir sein deswegen habe ich nichts gesagt das wären zu deine glieder gewesen nein 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 hat die BIM gemacht hinter uns wieder welche zu sein zu schießen wenn hinter dem tisch einer war geht es ihm jetzt schlecht ein gebäude noch 120 meter richtung nordwest und nordwest da anzunehmen sollen wir uns doch schon mal anmelden das große oder das kleine 25 hier sind auf dem weg es ist zu ruhig jetzt mal vorhin diese tragen aufgenommen mitgenommen wiederum lag stattdessen habe ich mich für dieses g 36 hier entschieden da schießen wir noch ein bisschen mehr hinter dem haus im klo häuschen ist noch einer schöner spot danke ich habe es fertig das war warum hast du das gemacht woher war die bombe wer sonst ich will einen namen ich will seinen namen dann nimm ihn dir das ist dein handy wer war das wenn er genau weiß der hat jetzt einfach irgendeine nummer gewählt ich war damals nur ein lieutenant er ist da drangegangen erkennt ihn schermobil weihnachten für die bösen selbst zehn jahre danach kommen sie hier noch an atomales material und zwar viel inklusive einem gewissen im ranzakayev natürlich konnten wir das nicht zulassen geld für verbrauchte brennstäbe klingt nach einem vernichtungsrezept das war das erste mal dass unsere regierung seit dem zweiten weltkrieg ein exekutionsauftrag erteilte ich stand unter dem kommando von captain mcmillan daher kennt der imram sakayev ja ja aber meinst du der hat den da drin stehen gehabt in seinem handy mit dem namen hätte er gar nicht anrufen müssen hat doch angerufen und in einer stimme dann erkannt ja das heißt ja entweder hat er wahllos irgendeine das hände hat doch vorher geklingelt wir müssen außen herum ich habe nicht gehört dass seine händige kinder hat dann war es wohl nur auf dem rechten vorsicht radioaktiv verseucht wenn du zu viel aufnimmst bist du tot bereithalten kontakt feindliche patrouille direkt vor uns unten bleiben und nur langsam bewegen in unseren tarnanzügen kann man uns nicht sehen einen ausschalten wenn der andere nicht hinsieht er ist erledigt gute nacht bewegung moment auf der anderen seite haben wir mehr deckung vier ziele sind drin denk nicht mal dran leise ausschalten oder ziehen lassen deine entscheidung wir wurden entdeckt macht sie fertig sie sind im hohen gras aber ich habe ihn noch erschossen nicht ausdrücklich genug wir können uns nicht aus jedem problem heraus schießen wir haben eine bessere sicht hast du freie sicht auf die wache leise ausschalten oder ziehen lassen deine entscheidung ziel erledigt mehr hinterher alles klar hier hast du das gehört ich habe nichts gehört feindlicher helikopter runter er dreht wieder um keine bewegung im schatten bleiben los geht's runter sofort langsam kumpel es sind so viele dass sie gehen bleibt unauffällig und nicht feuern versuche ihre wege voraus zu sehen wenn du mal wieder musste mach es langsam und vorsichtig keine schnellen bewegungen jetzt wird dir gleich auf den kopf und nicht wie knapp das war ok dann los sachte und ruhig ja mängel schrotzschriften mhm Hm. Und warum vergiften die da jetzt das ganze Wasser? Keine Ahnung. Feuern, sobald du bereit bist. Gute Nacht. Aufrücken. Im Schatten bleiben. Zurück bleiben. Unten bleiben. Der gehört mir. Hey, Susi! So wird das gemacht. Gehen wir. Achso, man schreit Hey, Susi! Und haut hier eine. Interessante Taktik. Ich habe Geld für diese Arbeit. Ich kaufe ein Motorrad und werde fahren. Eine Patronie kommt her. Zurück bleiben. Die Leute, die mit uns beginnen, bevor wir schlafen. Diese Seite katscht zu hoch, bis wir schlafen. Alles mögliche. Ziel erledigt. Vordere Bereich. Sicher. Los. Pssst. Verdeckt bleiben. Aufrücken. Da lang. Los jetzt. Warte. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Keine Ahnung. Das ist ja eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir ab. Bleibt direkt hinter mir. Los geht's. Okay. Los. Los geht's. Nein. Los geht' gut. Los geht's. Zombies nix im Und noch zwei Fahrzeuge. Hier ist noch ein Truck. Jetzt einmal schön furzen. Bereit halten. Bereit halten. Los. Bereit. Los. Ranbleiben. Niemand hat uns gesehen. Bewegung. Hier lang. Keine Bewegung. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ausschalten. Sonst verreckt. Wunderschön. Ausrücken. Los. Los. Bereich gesichert. Immer wachsam bleiben. Wir sind noch nicht durch. Halt. Vergiss es. Das ist nur ein Fehl der Köter. Der sieht nicht allzu freundlich aus. Abstand halten. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit. Rechts. Sicher. Los. Priorität. Vorderer Bereich, sicher. Aufrücken. 50.000 Menschen haben in dieser Stadt gelebt. Jetzt ist es eine Geisterstadt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das berühmte Spring-Motor, siehst du? Hm. Ganz schön heftigen Wind machen die hier. Wir haben Helikopter so ansehen. Los jetzt. Sind wir weiter? Na warum? Der wann bald? Bald. Da ist das Hotel. Wir sollten die Übergabe von dem oberen Stockwerk daraus beobachten können. Gehen wir. Ja, sieht aus wie so ein halber Wookie vorhin. Ich plugged das schon ansehen. Oh, dachte ich. Oh. Oh. Das ist alles eingeschlafen. Vielleicht sehen sie, schlägt jemand nach dir. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denk daran, was ich gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Coriolis-Kraft mit einberechnen. Da ist er. Okay. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakhaev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Das Ziel steht noch. Weiter schießen. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denk daran, was ich gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Ja, ja, ja. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Coriolis-Kraft mit einberechnen. Okay. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ich denke, das bleibt schon noch ein heller Kotter. Die Infektion von Imran Zakhaev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Jetzt oder nie. Feuer! Ziel am Boden. Ja. 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 Scheiße, sie sind hinter uns her. Schalte diesen Helikopter aus. Das verschafft uns etwas Zeit. Guter Schuss, Lettel. Gehen wir. Sie werden nach uns suchen. Zeit aufzubrechen. Wir müssen die Abkürzung nehmen. Mir nach. Und schon wieder solch ein Absatz. Wow! Dude. Läuft deine Preis? Mir nach. Es kommt schon was. Delta 2, 4. Hier Alpha 6. Wir wurden entdeckt. Wiederhole. Wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Alpha 6, Big Bird ist unterwegs. Geschätzte Ankunftszeit. Jetzt 20 Minuten. Seien sie pünktlich. Unser Sprint ist schon knapp. Er ist. Ach du Scheiße. Jetzt hätte ich gerne eine Maschinengegenwehr. Vergiss diese Typen. Wir werden noch zurückgelassen. Gehen wir zum Evakuierungspunkt. Ziel neutralisiert. Woher kommt der denn her? Der kleine Bugel. Los. Da hoch. Nein, hoch geht gar nicht. Ich bin nicht hier richtig. Wo ist der Chef? Boss? Ich wollte gerade sagen. Ich bin hier바ierlich. Ich bin hier GEwhite. gospel schwer zu müssen. Wo ist er ausgeteilt? Komm? Er wird sich übernehmen. Es ist begeistert. Ich bin hier. ich muss mir in die küche ich habe ein problem mit den claymore sie gehen immer sofort hoch mehr hinter uns helikopter im anflug runter mit ihm gute nacht wenn wir in schwierigkeiten geraten musst du mir eine gute stelle geben von der aus ich deckung geben kann tut mir leid kumpel du wirst mich tragen müssen der evakuierung ist im südwesten wir können es immer noch schaffen wenn du sie bewegen sich nach osten so Es kommen noch mehr von Lager. Ziel neutralisiert. Aktivität auf Oster. Oh, fuck. Ach, das Brot riecht gut. Ist aber unförmig geworden irgendwie. Also auf einer Seite höher als auf der anderen Seite. Ja, und? Ja. Haben wir erst ein paar kleine Scheiben und dann kriegen wir große Scheiben. Ja. 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 Die seilen sich da ab. Oh, wer hat denn das erlaubt? Die kommen ja auf Ideen hier, einen abseilen und so. Ich such den Feindchef. Ja. Gefindet. Er ist erledigt. Okay, gehen wir. Gehen wir. Zu dem Apartment. Wir werden sie dort abschütteln. Ja. Scheiße. da gerade aus der tür links nicht die aber gerade vorher waren der balkon und alles war ja rechts jetzt rechts auch nicht da waren wir gerade damals schon die türen ausprobiert ja so wird das nie was was auch den hund gesehen oder ja ein schönes schwarzes tier das war kein hund aber zeit zu gehen es muss ein glück in der matrix gewesen sein müssen wir lang da lang hier lang ja war es dann in richtung kommen ich bin immer ruhig und cool es ist es ist als scharfschütze feuern kann ein bisschen weiter im norden das ist prima es ist an der zeit sie zu verwenden der feind muss durch dieses gebiet such dir also eine gute scharfschützen positionen ich gebe dem helikopter in 30 sekunden das signal sucht eine gute stelle für den scharfschützengewehr und leg dich hin noch was besseres höheres ne guck mal her ach so ja gut alles klar kompul ich habe das signal aktiviert viel glück wir haben ihre position halten sie durch sie lehnen sicht noch ein bisschen näher ja da kommen wir fertig machen zum angriff die hunde sind auf unserer seite ja ich mag hunde ich habe noch einen ziel erledigt ziel erledigt ziel erledigt Ziel neutralisiert. Feindliche Helikopter kommen! Scheiße! Da nicht der? Es ist der Leicht! Ich wollte gerade sagen, guck mal, ob es in die andere Richtung geht. Oh, mein Gott, was für ein Gemetzel, ey! Das ist unser. Was? Wir hauen ab. Jetzt rein da! Jungs! Achtung! Ihr seid genau auf meinen Klaimhaus gelandet. Ist das normal, dass die mit offener Luke fliegen? Nope. Okay. Hatte mich schon gewundert. Die Schütze sind meistens auf der anderen Seite. Der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Was? Nicht gut, dann sind wir schon zehn Minuten tot. Jeder Ultranationalisten-Psycho-Sakayevs Tasche wird hier auftauchen, um aller Satz zu ziehen. Das ist schon zehn Minuten tot! Genau! Wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Bügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farben. Mal fragen! Wir legen los! Ja, Chef, könnte ich diese Mission aussetzen? Ja! Wie macht die? Wir holen sie die Waffen vorne und ergeben sie sich und die aufgeben. Was ist denn nichts? Jetzt hörst du rechts. Wieso soll ich denn rechts hören? Jetzt hätte es den Russen wieder nicht gehört gerade. Der Regenangriff steht unmittelbar bevor. Ausschwärmen und in südlichen Bereichen schütteln. Sie kommen jetzt langsam den Dachkopf, Sir. Sagen Sie mal. Jetzt. Feuer eröffnen! Toller Schuss, Kumpel. Er zieht zu niedrig, genau. Groß nachladen! Und nochmal nachladen. Und nochmal nachladen. Was? Sie nehmen unsere Position weiter ins Visier. Zurückziehen! Okay, so. An die Minigun und die westliche Flacke sicher. Los! Habe ich da Minigun gehört? 3, in Bewegung! Tier 3, 2 ist im entfernten östlichen Gebäude. Die östliche Straße ist gesperrt. Schuss! Im Moment seh ich keinen, ne? Ah, die scheinen immer von diesen, wenn wir erstmal Kirche zukommen. Oder hinter dem Baum. Hoch, hoch, hoch! Hoch, zurück zur Taverne und an die Zünder! Der S-Bone beschäftigt sich von der nächsten Infizilien jetzt los! Hoch, runter von der Minigang! Ach, Mann! Wir waren gerade so gut! Ich hab ein paar davon runtergeholt. Was soll ich tun? Sollst du irgendwas in der Taverne sprengen? Ich hab die Ringo-Zünder. Ich bin getroffen! Beckerberger! So, rüber zu der Scheune am nörflichen Ende des Dorfes und die Panzer stoppen! Da ist eine Javelin in der Scheune! Verstanden! Zurück, zieh zum Bauernhof! Oben auf dem Hügel! Na los, schnell! Jetzt bist du in den Keller gegangen. So, die Javelin ist in der Scheune! Los, los! Hier ist der Ausgang, ja. Hier sind aber auch die Sch... Hä? Ah! Erlebt noch! So, die Javelin ist in der Scheune! Oh, zum verdammten Fick! In der Scheune? In der Scheune? Ja! Das will aber auch verdammt nochmal sein! So, wo sind jetzt die Panzerdamms? Dann! Gute! Ja! Dann! Dann! Find das! Jetzt. Komm! Der Ah! Bekann! Der Ah! Der Ah! Der Ah! Der Herr Siege! Der Ah! Der Mann! Der Ah! Der Ah! Der Ah! Ich stehe hier mit runtergelassenen Hosen, ne? Ach nee. Bravo 6, hier Fightin' One. Wir können Luftvermessung geben. Over. Bravo 6, hier Griffin 2-7. Wir sind eben in den aserbaidschanischen Luftraum eingedrungen. Ankunft in vier Minuten. Bereit machen zur Aufnahme. Roger. Wir kommen sofort. Bravo 6, die Landezone ist zu heiß. Wir können da nicht landen. Wiederhole, wir können nicht am Bauernhof landen. Hier sind überall Raketenstellungen. Na, sensationell. Wo werden die da landen? Bravo 6, wir empfangen viele feindliche Radarsignale. Wir versuchen näher, am Fuß des Hügels zu landen, um nicht erfasst zu werden. Spitz der! Wir haben uns den Arsch aufgerissen, um zur Landezone zu kommen. Und jetzt sollen wir den ganzen Weg zurück! Da ist es. Wir müssen zur neuen Landezone am Fuß des Hügels landen. Jetzt suchen wir los! Ah! Bravo 6, wir kommen ganz niedrig vom Süden über den Flussrhein. Begebt euch preuze und zur Landezone Foxtrot am Fuß des Hügels. Ende. 2, 2, 7. Alle machen zur Landezone. Das ist unsere letzte Chance. Bewegung! 6, wir sind gleich da. Haben aber da noch Sprit. Ihr habt vielleicht 3 Minuten bis wir abdrehen mit oder ohne euch durch. Sie laden uns hier zurück. Wir müssen sofort zur Landezone. Bravo 6, ja, frei beworben. Wir können Luftunterstützung geben. Over. Scheiße. Hm? Der hat einen Raketenwerfer. Einen verkackten scheißen Raketenwerfer. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Vielleicht ist da unten erstmal die Hölle los und dann können wir durch. Oh, los. Hier ist noch einer. Ne, oben lang, ne? Wir müssen durch Ihre Linie brechen, um die Landesschule zu erreichen. Den Hügel runter. Na los, na los, den Hügel runter. Roger. Wir kommen sofort. 5 Sekunden bis zum Start. Oh ja, Baby. Los geht's, los geht's. Hey, man, kriegt man hier schneller ein Taxi als in New York, ne? Ja. Oder hier in Essen. Kleiner an dem Feuertag. Okay, wir sind alle an Bord. Los, los. Okay, wir sind aus hier. Baseclay, dich hier gerissen, zwei Siegen, wir haben uns hier und kehren zurück. Ende. Oh. Where is R.D. Oh. Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kuppel. Imran Sakhaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hohr. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist-Kamera weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Das ist der beste Weg rein. Der Fahrzeugkontrollpunkt ist direkt vor uns. Nichts Weltkamerow, das könnte klappen. Vulture 1-6, hier sind die Position. Bravo 6, Vulture 1-6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. So, Kamerow ist auch wieder mit an Bord. Mhm. So, klettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich bereit, die Wachen im Turm auf ein Zeichen auszuschalten. Der Rest folgt mir. Welchen Müllcontainer? Den da? Vermute ich. Die Wachen im Turm auszuschalten? Wie? Von dem Ding aus. Ah, doch, warte, guck mal. Ne, äh, links. Stopp, stopp. Ein Stück nach rechts. Da. Weiter, weiter, weiter nach rechts. Stückchen noch, Stückchen. So, sichern Sie den Turm. Jetzt. Los, los, los. Feuer. Oh, mein Gott. Um. Noch weiter um. Hab ich. Hab ich. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Windgänger. Ich hab mir mal eine Waffe besorgt für den Nahkampf und Mittelstrecke. RPD, was haben wir da noch? Das ist das RPD hier. Du hattest auch noch ein, Kollege. Alles klar, sehen wir uns mal um. Sieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamerow, ich brauche Ihnen einen am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Zakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Das klassische Windgeräusch. Kreisverschluss. Nicht ganz, wie ich erwartet habe. Du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Oh, du wärst, Bro. Ach, das ist doch, das ist definitiv ein Russe. Ja, klar. Schon alleine die Hautfarbe. Sehr russisch. Ein paar Wettkriegs. Hm? Oh, wir haben einen scheiß Panzer 2. So, ich habe das Ziel im dritten Marienvisier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn lieben kriegen. Also Vorsicht beim Feuer. Fall. Fall. Ausheuchern. Ja, wir wollen ja nur den Zufall mal hinbekommen. Ich weiß, wir wollen ja den Vater hinbekommen. Das war ja was. Ja, wir wollen ja seinen Vater auch. Wir haben gesächerte. Scheiß dich in der Schwerung im Siebel. Ihr nehmt die Tore mit. Festhalten. Scheiße. Ja, X. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. So, nehmen Sie Sie Kriegs und verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die Partikverstärkung. ich kann ihn riechen ich muss sagen eigentlich war dann nämlich dazwischen jetzt sei da noch ja was mit seinen beiden die braucht er doch nicht mehr offensichtlich braucht er diese schon ist erledigt auf der anderen seite ich denke ich habe die genannte lebt immer noch oben oder steiner scheiße schießt vom fenster aus was der jetzt weiß ich nicht weiß ich wo all the men gerannt ist also wohl in die richtung auf der rechten los 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 ich muss abladen ich bin direkt hinter nicht wir stehen unter beschuss durch eine befestigte position der vierten stock Es riecht, wo die... Nein, eigentlich nur ein bisschen. Aber... Jungen sind, glaube ich, noch mindestens einer. Ist er das? Nein. Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Ja. Nee, der hatte so das typische Russen-Gangster-Outfit an, weißt du? So, so... Adidas-Schlabber-Look. Boah, Gers, hast du mich erschreckt. Mich aber auch. Nichts. Da war der. Ops. Sieh, sieh, sieh tiefer ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Kann weitergehen. Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Kann weitergehen. Bewegung auf dem Dach, bereithalten. Ja, ID positiv. Das Ziel ist auf dem Dach. Er gehört dir. Okay. Man muss ja sagen, wiejenst du? Das ist die Scheisse. Mhm. Aber, genau. Was ist hier so? Das ist das Typische Russen-Gangster-Style. Ist hier so typisch der Russen-Gangster-Style? Baseplate, hier Bravo-6, Zakhaievs Sohn ist tot, wir kommen nach Hause. Scheiße, für seinen Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es, ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir. Prügelei. Ja. Und zwar im großen Stil. Ja, da müssen wir noch mal die Wäsche waschen. So, nur damit wir vom Ton rein. Wir werden sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein, oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Helo, Charlie T Plus. Zweiter Abspruch, Bravo-Tät bereit machen. Los. Bei mir neu formieren. Uuh, alter Gebrauch. Keine Ahnung, Sir. Bravo-6, Sergeant Briggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo-6 Ende. Los geht's. Wir sind unterwegs. Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Ziel ist erledigt. Bewegung. Feind in Sicht. Feind erledigt. Feind erledigt. Gute Nacht. Ich will da gleich heiß, Warnung. Hm. Ich muss mir irgendwie zwei Sachen erledigen. Ich will mal rausgucken. Gibt's Kinds da draußen? Da ist ein Zugang bis diese Keller. Es sieht voll von draußen aussehen. Hm? Hat die Zeit nix. Ist doch trocken gewesen. Und dann muss ich deinem Kind sein, dass ich ins Bett muss. Ja. Warte mal, ich guck auch noch mal hier aus dem Fenster. Das sieht man eigentlich immer kurz immer ganz gut. Ist alles kurz trocken. Nix nass, nix am Glitzern. Alles Pups trocken. Na dann. Denkst du bitte an unser neues Abkommen? Denkst du an unser neues Abkommen? Ja. Auch das noch. Wie ist das? Das ist mit dem Knocken. Das ist mit dem Knocken. Wie ist das? Wir sind da dringend? Bis dem Knocken. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach Gott sei Dank. Hm? Aber leise. Los jetzt. Küche? Ich will jemanden messen. Deswegen dachte ich an der Küche, weißt du? Mit dem Messer. Ach man, bist du langweilig. Nacht, Nonu. Dafür wurde ich jetzt von hinten attackiert. Nacht, Nonu. Nacht, Gino. Nacht, Nonu. Verstanden. Suche ich morgen früh noch, wo ich es dein Essen gelassen habe. Ja, keine Brotdose geschmiert. Dafür hat er ein Päckchen Käse oder was? Ja, ja, die frühstücken morgen zusammen. Ach so. Ja, diese Woche wird jetzt auch nichts mehr passieren. Ja doch, da musst du ja auch noch den Mathe-Test nachschreiben. Die Granate auch noch, immer denn jetzt noch. Ja, ja, da kommst du nicht mehr weg. Ja. Keine Bewegung vor, noch seitlich, noch gar nichts. Nichts mehr möglich. Keine Bewegung mehr möglich. Keine Bewegung mehr möglich. Weiter zum nächsten Haus. Leise sein. So, riskieren Sie einen Blick. Welches Haus? Ach so, ja. Alle weg. Ich dachte zumindest das hier. Ja, dann ist das hier rechts, das. Oder mehr. Die Sonne geht auf. Und was die Zeit davon? Ah, nur er kann das öffnen. Ist mir egal, mach ich trotzdem, soll er mich sperren. Vollidiot. Was sollen sie machen, einen Ben, dann Ben sie einen, dann haben sie einen User weniger. Dann Ben sie mich halt, ist mir egal. Und? Ist mir egal. Pfff. Wir werden zum Einringen. So, Kriegs losschneiden, Bewegung. Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Das habe ich zuerst auch vor, aber du hast das Ganze in C4. Alles in Ordnung? Ja, ich kann gehen. Stimmt. Ohne C4 ist das Leben auch langweilig. Da muss man den Typen retten, der das hat. Ja. Wir müssen die Symptome ausschalten, damit die vorhüllten Intims durch die elektrische Umzäulung brechen können. Feindlicher Helikopter. Oh, Entschuldigung, ich habe uns verraten. Durchs Niesen. Bewege uns. Charlie 6, B-Freien Status, over. Dimmt 2 in Position an der Umzäunung. Wir warten, bis ihr den Strom abschaltet. Over. Verstanden. So, die Ladungen platzieren, los. Schon dabei. Ein guter Soldat. Und seine Befehle vor. Genau. Für sein Wasser, was er zu tun hat. So, na los. Kabin. Baumfelsch. Charlie 6, der Turm ist eingestürmt. Kein Strom, 20 Sekunden. Verstanden. Wir durchbrechen die Umzäumung. Bereit halten. Notstrom in 10 Sekunden. Bereit. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Roger, Team 2. Wir sind auf dem Weg. Ende. Mach diesen Zaun auf. Das war wohl überraschend. Hat er noch nicht oft gemacht, glaube ich. Feindlich Helikopter. Na ja, dass irgendwas faules ist, wissen Sie ja wohl schon. Mhm. Ja, wie oft denn noch, Leute. Ich hab's verstanden, denn es gibt Glattweiß ohne. Hat auch angeblich gefrierener Regen. So, wo noch irgendwie rechnen, heute Nacht. Naja, werde ich mal im Frühscher nehmen. Aber es wird ja, äh, wird ja wärmer jetzt. Mhm. Gib mir Feuerschutz. Na ja, Drago noch. Ah, ja. Ja, eben morgen früh soll's schon wieder 5 Grad sein. Plus, nicht Minus, wie die letzten Tage. Aber Raychner, ja. Ach, ist denn schöner Regen-Speziergang, Marco. Immer noch da drinnen irgendwo, oder? Äh. Das ging voll in die Pö. Das ging voll in die Pö. Und... Vor-Sicht, da kommt Rumpfschrauber! Feuerfass! Was? Also ist egal. Da ist noch ein Feuerfass, aber da steht ja jetzt keiner mehr. Hinterm Panzer. Ich frage, um geht der dich jetzt gerade, der eine, oder ist der tot? Er sitzt nur in der Ecke und... Pff, mach das jetzt irgendwie jetzt. Ja, wir müssen da aufs Dach drauf, da war jemand mit einem Raketenwerfer, ne? Kann sein. Oh, wo ist das Dach? Hehehehe. Ist das runtergegangen? Gib mir Feuerschutz! Mein Kontakt, bitte nicht von uns! Ich stehe. Ja. Brauchst du auch noch ein Bierchen? Ein Kürzer. Na gut, dann geh ich. Ja. 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 Drei. Ja. Ja. Hä, wie kommt der denn jetzt dahin? Und jetzt, Boss? Hä? Spinnt ihr jetzt, oder wie? Oder was? Freitliche Infanterie nordwestlich, aber da war überhaupt nichts. Irgendwo versteckt sich jetzt wieder einer noch. Ja, ich komme sofort. Ich muss hier noch die Armfütterung vornehmen. Ich bin jetzt gerade total verwirrt hier, oder was? Gehren sie zur Druck 2 zurück. Ja, wo ist Druck 2? Aber hier kommen wir nicht durch. Alter, willst du mich jetzt verarschen, Bro? Bro? Das ist ja perfekt gemacht. Ich wollte mich doch verarschen. Wo ist denn das Loch, durch das wir gekommen sind? Äh, was? Alter. So verwirrt durch die Gegend gerannt bin ich auch noch nie, ey. Was ist das für eine Scheiße jetzt? Müsste jetzt nicht irgendwo ein Trigger kommen? Und dann können wir durchlaufen irgendwo, oder? Okay, ihr geht hier lang. Auch gut. Mega. Jetzt kommen auf einmal Leute da wieder raus. So, alle Tiere ordnungsgemäß, wie Gott. Und dann kommt hier raus. Und dann sind sie auf einmal los. So, auf einmal los. Und dann kommen hier. Da sind die Schuss. Und dann kommt der Ziele. Und dann kommt der Ziele. Mein Gott. Mein Gott. Ja, sehe ich genauso. Ziel eliminiert. Rein, 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 rein. Da. Ähm, leicht nach rechts. Rechts, da. Genau, da. Da hockt Ushi. Ushi mit dem Raketenwerfer. Mhm. 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 Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschüttendeckung sobald wir ihn halten. Was zur Hölle ist das? Ah, wir haben hier ein Problem! Delta 1 Extreme, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Da ist noch eine! Delta 1 Extreme, wir haben jetzt zwei Raketen in der Luft. Ähm, verstanden, Bravo 6. Unsere Satelliten verfolgen wir jetzt. Bringen Sie Ihr Team in die Anlage und nehmen Sie das Kontrollzentrum ein. Wir arbeiten daran, die Abrufcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Kapiert! Das ist so weit, Captain. Das ist so weit. Ja, 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 ja! Juck. Du. 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 Über 40 Millionen Tote, wenn der Angriff durchgeht. Wir arbeiten immer noch mit den Russen an den Startcodes. Wir sollten sie bald haben. Weiter machen. Ende. Los, los, los! Ich glaub da steht schon einer. In seinem Felden. Verstanden! Haltet uns auf dem Lauf zu den Händen! Scheint gut zu uns gehört. Super, auch gut. Kommt der nächste, übernächste, überübernächste. Werft Rauchganaten! Wir müssen unseren Vorschluss sichern! Rauchganaten werfen! Ja, versuche ich ja. Lass C4 am Panzer anbringen! Da ist der Panzer. Ich seh keinen Panzer, ich seh nur Rauch. Ne, das ist ein Fahrzeug. Das ist kein Panzer. Nicht, dass ein Panzer jetzt kein Fahrzeug wäre, aber da ist der Panzer. Toll. Was sagen wir jetzt nicht wegen dir, sondern weil Frank Peters ein Problem hat, was so viele haben. Die können nicht mehr schreiben. Was sind denn da nicht für Waffen? Oder sucht ein paar schwere Waffen. Ja, die nehmen den Typen da gerade rechts. Da standen zwei Waffen. Wir müssen unseren Vorschluss sichern! Rauchgranaten werfen! Lass C4 am Panzer anbringen! Hab ihn erwischt. Vollstreffer. Such deinen feindlichen Raketenwerfer oder nutzt C4! Stopp, du bist so weit! Nein, bin ich nicht. Ich brauche dann noch einen. Ich glaube, da sind Granaten auf dem Tisch oder führe ich mich? Geradeaus? Ne, das ist was anderes, das sind Schraubstöcke, oder? Ne doch, geradeaus! Bravo 6, hier Kommando, Lagebericht, over. Wir sind innerhalb der Umzäunung, nähern uns den Toren zu den Silos, Ende! Well, fuck. Eigentlich, eigentlich. Ich weiß, oder, alternativ, schwere Waffen suchen, hieß es doch. Ja, aber du bist genau in der Markierung vorhin vorbeigerannt. Äh, Rauchgranaten hat er geworfen. Zwei Stück. Nix befehls dabei, und der Auftrag wurde doch erledigt. Das ist ne Scheißstelle, ja? Mhm, 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 mhm. Unter dir! Nehmen die zwei schießende Typen erstmal, glaube ich, besser als den auf dem Dach. Aber der hat gedacht, dass du ihn nicht, glaube ich, nicht. Besser, ach, das ist der ist. Nehmen die zwei schießende Typen, die Ivan Schnell still is. In Beren steu uns weiterzugehen. Bewerb. Herzlichst oder Träger, ich über den Beren steuere nicht. Die Schnellbewerke, das ist der Schnellbewerke, dann bitte die Schnellbewerke, was die Dennis hin, verbrechen. In Beren steuert zu können. Die Schnellbewerke, das ist der Schnellbewerke, was die Beren, abbrechtet. Eu schissende Typen, was sie immer noch nicht. Hinten, also unten wieder hinter diese Säule. Stopp! Ich fühle mich jetzt hier gerade alle durcheinander ein bisschen. Durch das Tor, los geht's! Mehr BMPs, in Deckung! So, Griggs, schaltet sie aus, los! Lauf gut, Digi! Nachtiii! Warum liegt hier ein Raketenwerfer ohne Munition? Weil die doof sind. Also ohne Reserve-Munition. Wir müssen die BMPs ausscheiden! Ja? Ja, ja, die Zeiten sind schlimm. Ja, die Mitte voll mit Corona. Aber keinen zu interessiert. Was ist der BMP? Ja. Boah! 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 Treffer! Noch einer sollte reichen! Nachladung, Roninger. Ist er jetzt weg? Nein, ich brauche noch einen Schuss Munition. Ja! Ich weiß, ich sehe aber noch keine. Wer hat sie vier einsetzen. Ja, kann ich. Aber vielleicht geht's auch einfacher. Äh, genau. Auf dem Boden. Gut. Mips! Mips! Mips ist gut! Mips! 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 Mips, wir kommen jetzt noch ein paar Sekunden durch die Rüftung! Mips! Mips! geht doch Team 1 geht rein Team 2 geht zur Sicherheitszentrale Team 3 geht zu die Basis Bravo Team, wir haben gute und schlechte Neuigkeiten Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich Dort müssen sie die Abbruch kurz hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören Gas, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale Soap, Griggs und ich geh zur Startkontrolle Verstanden Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer die Abbruch kurz zu bekommen Over Zum Teufel damit, wir geben uns am besten das Ende Oh Scheiß, immer noch die Sachen von oben Verstanden, Delta 6 Wir sind direkt über euch in der Lüftung Passt auf, wo ihr hinschießen Verstanden, Sir? Hinschmerz! Voska-Protivnika werschl in die Basis! Ich sage euch! Voska-Protivnika werschl in die Basis! Die Marainslägen schon los Mh-hmm Captain Price, hier zwei Yankee 6 Wir stoßen im Südflügel auf heftigen Widerstand Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt Over Verstanden, Yankee 6 Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen die Kontrolle über die Basis zu erlangen Over Verstanden, Sir Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen Yankee 6 Ende Captain Price, wir senden ihrem Team die Abbruchcodes, die sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen Sie haben noch 15 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen Over Verstanden Was war hin? Verstanden, was war hin? Verstanden, was war hin? Verstanden! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guck mal, der Gute hat der Kommunismus, der. Lange Liebe der Kommunismus. Aber nicht hier. Hör mal vor, Rappen, bitte nicht hier. Genau. Wart mal, Boss. Ich lad mal die große. Hä, warum hab ich denn jetzt ein Raketenwerk? Ach, scheiße, die falsche Waffe weggeworfen. Moment. Die mich umgehen können? Das auch, oder? Wenn hier Wege drin sind. Wir sind nicht hier. Wir sind hier. Was? Der Schrapp ist ein Schrapp. Die Schrapp ist ein Schrapp. Die Schrapp ist ein Schrapp. Verstehren die Tür. In der Komponung. Beobacht. Der erste Schrapp ist in der 3 und 6 Schrapp. Befestigte alle Racken Positionen. Die Geräusche ist ein Schrapp. Zwei Schrapp. Was ist das? Was ist die Schrapp? Die Schrapp sind die Schrapp sind die Schrapp sind. Die Bewerbungen sind in der Bewerbungen. Los, los, los! Oh scheiße, das war knapp. Nein! Holy Macaroni, man. Captain Price, Gas hier. Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen. Wie ist der Status? Over. Team 2, wir sind in Position. Öffnet die Außendür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Bereithalten, wir haben es gleich. Rock. Geschafft! Die Türen sind jetzt aktiviert. Seh ich nichts von. Oh Mann, was für ein Mist. Gas, geht das nicht ein bisschen schneller? Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen ziehen, wenn das Spaß macht? Alter, Frechdachs. Alter, Frechdachs. Die Türen saßen. Ja, die Türen saßen. Oh, wo ist es? Ja, weil wir die Türen saßen. Ein bisschen weiterer sind. Zeit, Türen zu Ende. Ja, ich bin Jesus. Du bist. so stellt man vor gar nicht lange an der tür aufhalten lassen aber hier was keine ahnung wir müssen weiter da lang hier lang ja dann wo geschossen wird okay hier muss ich vorwichtig sein hier ist auch niemand wir müssen durch eine wand sprengen dass ich nicht gefunden habe das ist die konzern zentrale freundlich oder feindlich das war nicht die frage ja gut aber ich glaube es war in russe der lässt ja die beine drüber hängen wenn du so auf der mauer sitzt gibt das hämorrhoiden wir haben noch 8 minuten hier ist eine tastatur die einzige tastatur im umkreis von zur bestätigung bereithalten bereithalten bravo 6 alle sprengköpfe wurden im flug zerstört es gibt unzählige bruchstücke aber die meisten landen im ozean so sehen sie sich die übertragung an er hebt ab ich denke wir können sie brauchen um hier rauszukommen ich übertrage die koordinaten des fahrzeugdepots verstanden treffen uns beim fahrzeugdepot enden alle mann mir nach gehen wir an alle teams hier kommando wir empfehlen das gebiet sofort zu verlassen große feindliche streitkräfte nähern sich ihrer position wir haben gesellschaft feindliche verstärkung kommt das ist ein geiles gewehr hier gerade weiß was das ist aufdruck boss ich hab ja mal einen aufdruck gerufen wir kommen den lift auf bereit machen also ich hätte ja nichts dagegen mit dem gamers herzlich willkommen schön dass du da bist ja was aber denn hier mp5 kann ich das g36 mit austauschen danke ich dachte die explodieren scheiße ich habe was was explodiert jetzt sind alle draußen weiter geht was weiter zum sekundären evakuierungspunkt südlich der blöcke feindpräsenz gewaltig wir sind nur ein bisschen Casualgamer es ist echt heiß aber zimmertemperatur also bitte ein bier muss eiskalt sein vielleicht ein lager oder auch ein glas wasser wie ihr es trinkt dabei ein pit start ich muss euch beiden mal eine lektion erzählen wenn wir in den starten sind wir werden sowieso zuerst in london halt machen nicht zahle na schön wenigstens steht die welt noch dann los nicht die 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 Habe ich nichts besseres? Nein. Kann doch jemand anders mal mithelfen und schießen. Die Kessel! Fein mit Raketenwerfer! Ausschalten! Vortreffer! Auf den Läster schießen! Der Racketenwerfer! Der Transport kommt! Auf den Tragen schießen! Wow! Die Feuerwehr am Raketenwerfer! Zu vorne ausschalten! Da ist ein Raketenwerfer auf den Pact! Ah, ja, ja. Heli, sind zu hoch. Freit den Raketenwerfer! Ausschalten! Oh! F! Hä, du musst viel höher zielen. Heli, auf 9 Uhr! Jetzt geht's! Fuck. Ich hab ja nichts mehr! Na, wie hoch solltest du denn zielen? Du hast doch schon hochgezählt. Du, ich hab keine Ahnung. Du landest ja auf dem Boden oder so ähnlich. Die Helis haben sich verdrückt. Er hat keine Munition mehr. Wir praktisch für mich. Ja, wirklich. Oh, verdammt! Er will die Brücke hochjagen! Den verdammten Truck aufreißen! Ouch. Er hat die Brücke hochgejagt. Ja. Die Brücke wird nicht halten! Los, los, los! Los, los! Sie stürzen ein! Alle unteren, weg da! Warte, warte, warte! Mach du das! In der Brücke! Ja. Warte, warte, warte... Einfach in die Richtung des Feindes halten und dieses Knöpfchen hier drücken. Bitte helfen, ja. Das Ding wird explodieren, Bewegung! Rekt. Rekt. Rekt hat gerade den Kopf so kurz weggezogen, weil er eine von den Shells abgekriegt hat. Oh nein. Wo hat er erst mit der Pistole... Achso, er musste mit der Pistole schießen, weil er mich rausgezogen hat. Genau. Ah, fuck. Pistole. 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 Poliar. Tore, es darf keine Schiffe haben! Pistole. nehmen sollen. Ja, vielleicht. Ey, du machst Deins jetzt aufheben, meinst du ist schon wieder leer. Junge, 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 du läppst nach. Aber ich weiß, du spielst lieber Krieg. Ja. Ich genieße die Schade. Ich muss auch kicken. Nee, nicht schon wieder. Mach doch weiter, Schatz. Ich kenn doch da alles schon. Na, wohl nicht. So wie du vorhin nicht wusstest, alles. Also drück raus, dicker Wemmsmann. Drück ihn ab. Der Mann. Ja. Wemmsmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du mal, dass du gewinnen willst? Ja. Krasses Zeug mit Guitarros. Ja. Ich denke, drei Schüsse, drei Treffer. So. Bitte. Schön auf den Kopf zielen oder so. So wird's gemacht. Und ich weiß nicht, was du jetzt nicht. Sakayev! Kamarov! Sakayev ist tot, Frau! Was gibt sie noch, die guten Russen? Die russische Regierung gab heute bekannt, dass diverse atomare Raketentests in Petrar-Russland durchgeführt werden. Raketentests, ja ne, ist klar! Von offizieller Seite aus Russland hieß es, die Tests würden den UN-Richtlinien entsprechen. Eine Stellungnahme der ultranationalistischen Partei blieb aus. Es wurden jedoch Gerüchte über einen Machtkampf um die Parteiführung laut. Die weiteren Nachrichten. Die Suche nach einem Schiff in der Beringstraße wurde wegen heftiger Winde abgebrochen. Ach, das war ja schon mal. Das war Teil 1. Kurzes Päuschen. Stimmt, da hatten wir ja alle. Jawohl! Das war der Fall im ersten Fall. Entschedet! Das ist der zweite Punkt für uns. Das war die größte Sache. Wir gehen wir in deeper und immer in deep.